ich begrüße euch und unsere zuschauer von meinem kanal mitschöpfer sein und heute drehe ich diese video für euch mit einem besonderen themen es wird überall jetzt gesprochen dass wir müssen lernen die negative gedanken kontrollieren aber wie das macht man im alltag das ist wird nirgendwo gesprochen und ich werde jetzt euch eine sehr einfachere übung zeigen die wird euch helfen innerhalb von 35 tagen wirklich die negative gedanken los los zu bekommen ihr braucht dafür nur euch und einfach büro gummi büro gummi zieht ihr auf der linke hand und jedes mal wenn ihr eine negative gedanken gedacht dann einfach so schlägt er euch ganz also ganz leicht der erste negative gedanken so zweite negative gedanken dritte negative gedanken und bei vierte fünfte es beginnt richtig weh zu machen weil das ist hier ist bei uns sehr zarte zarte haut schon bei der dritte vierte tag werdet ihr merken dass die negative gedanken wirklich werden wirklich sich reduzieren wieso unsere unsere körper das was wir sehen das ist eigentlich bio robot und diese bio robot hat eigene bewusstsein und diese gedanken sind nicht unsere gedanken das ist wie elektromagnetische sehen 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 sendungen das wir bekommen und ist es abhängig auf welche wähle oder welche radiosender seid ihr weil je höhere schwingung desto weniger negative gedanken werdet ihr bekommen aber damit wir diese an diese schwingung kommen müssen wir wirklich lernen dass unsere körper weniger negative gedanken selbst produziert also sie sind im mentalen feld gespeichert und sie sind immer die gleiche gedanken ihr könnt wirklich merken kopf denkt nichts neues es ist immer gleiche 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 gedanken und sie körper wird merken wenn ihr jedes mal bei negative gedanken das macht und das macht weh ich körper wird schon anfangen bei zweiter dritte tag schon mit diese negative gedanken reduzieren das macht weh probierte das ist es funktioniert dann einwandfrei habe das wirklich probiert und es ist wirklich sehr sehr einfach das macht weh negativ denken wird euch bald weh machen und eure körper wird achten und diese gedanken werden überhaupt nicht nicht erscheinen wieder probierte das ist nur wirklich 35 tagen diese übung und ihr werdet größte anteil von euren negativen gedanken weg zu bekommen ich wünsche euch viel erfolg das ist sehr einfache übung aber es ist wirklich wirksam und aus diesem grund wollte ich euch zeigen oder die geben diese methode die hat mitgeholfen wo ich einfach weitergeben ich wünsche euch viel viel erfolg damit ihr auf die höhere ebene mit eure mit eurem bewusstsein kommt und dann diese gedanken werden überhaupt euch also viel viel weniger einfach betreffen ja ich wünsche euch viel erfolg ihr schafft das ihr seid der meister ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020